Ayo, was geht? Ich bin Robin aka Zoe Nater und ich war gerade in dem Film Sonne und Beton, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Felix Lobrecht, Sonne und Beton. Und ich möchte euch jetzt einmal kurz sagen, was ich von dem Film halte. Erstmal zu mir. Eigentlich mache ich auf dem Kanal hier eher Gameplays von League of Legends und andere Sachen, aber ich bin nebenbei auf jeden Fall auch ein Fan von Felix Lobrecht und seinem Podcast Gemischtes Hack mit Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Ich höre das seit Beginn eigentlich jede einzelne Folge und da hat er nämlich auch in letzter Zeit immer wieder von seinem Film gesprochen, der jetzt in die Kinos gekommen ist. Und ich habe meine Mom und meinen Bruder mitgenommen und wir haben uns den heute angeschaut in den Gruppius Passagen UCI. Ja, ich komme aus Berlin, also bin quasi dort aufgewachsen, wo Felix Lobrecht auch aufgewachsen ist. Gott sei Dank nicht in Berlin-Neukölln und Gruppius Stadt, da wo der Film hauptsächlich spielt, sondern eher ein bisschen behüteter am Stadtrand hier in Rudow. Das ist die Endstation von der U7, mit der er da auf jeden Fall auch des Öfteren gefahren ist. Aber er hat sich eher aufgehalten, so Wutzke-Allee, Lipschitz-Allee, Johannes-Tage-José, halt da bei der Helmholtz-Oberschule. Ich hatte da in der Schule Tatsache in meinem Leben auch schon mal Keyboard-Unterricht. Also ich habe diese Schule auch Tatsache von innen mal gesehen, aber das war natürlich eine ganz andere Zeit und ich bin da auch außerhalb der normalen Schulzeiten gewesen. Von daher, ja, bin ich auf jeden Fall sehr behütet aufgewachsen, auch nicht in der Schule oder auf einer Schule jetzt in Berlin-Mitte, beziehungsweise Berlin-Neukölln, sondern eher ja auch am Stadtrand. Ich war auf dem Anne-Frank-Gymnasium, kann dementsprechend, was das angeht, nur so halb alles nachvollziehen, was da abgegangen ist. Aber aus meiner Sicht, und da fangen wir nämlich jetzt einmal an mit meiner Reaktion, bzw. meinem Feedback zum Film, wirkte das sehr authentisch alles. Also Felix hat auch in seinem Podcast erzählt, dass er versucht hat, auch nur Leute aus Berlin zu casten, also nachwuchsstalente junge Schauspieler aus Berlin wirklich. Ähm, und ich finde, das ist sehr gut gelungen, die, ähm, ich will jetzt natürlich nicht viel spoilern, dementsprechend werde ich jetzt nicht auf irgendwelche Handlungen oder so im Film eingehen, aber ich möchte, ähm, auf die schauspielerische Leistung von allen Leuten eingehen und natürlich auf, ja, das Drehbuch an sich, das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, weil das kommt ja von Felix selber, ähm, im Zusammenarbeit mit, äh, David Venent, äh, den er ja auch immer wieder shoutoutet in seinem Podcast. Ähm, und ich muss sagen, dass ich nirgendwo das Gefühl habe, dass irgendwas, oder Gefühl hatte, dass irgendwas unauthentisch wäre. Ähm, die Art und Weise, wie die Schauspieler im Film geredet haben, ähm, war sehr unterhaltsam, gerade für mich als, als jemand, der hier aus der Gegend kommt, ähm, weil das wirklich zu 100% ist, ähm, wie die Leute hier reden. Ich rede jetzt gerade ein bisschen Hochdeutsch, aber dieser Assi-Slang, der im Film sehr viel benutzt wird, und dieses Walla, dies, das, Gipschelle, dies, das, also sehr, sehr durcheinander, ähm, sehr, ja, so Berlin, Neukölln, ähm, das war, das fand ich relativ authentisch, ähm, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, ich fand, dass die Leute, die gecastet wurden, ähm, sehr, also ich fand, also Lukas hat ja in dem Fall, ähm, Felix Lubrecht seine Rolle eingenommen, und, ähm, ich weiß, es ist natürlich keine Autobiografie in dem Sinne, das hat ja, ähm, Felix auch des Öfteren gesagt, dass es eher um diesen Vibe geht, wie es ist, ähm, in Berlin, Neukölln und Gruppesstadt, äh, aufzuwachsen mit den ganzen Struggles, mit dem, mit dem Alltags-Struggle, mit den sozialen Differenzen, die man da so hat, ähm, und ich fand, das kam sehr authentisch rüber, und, ähm, ja, da war, da, also ich hätte niemanden besseren casten können, von daher großes Lob an Felix Lubrecht. Äh, ich bin auch ein bisschen, bisschen nicht unbedingt objektiv, ich feiere Felix Lubrecht, ähm, seine, seine Comedy, sein, äh, sein Podcast mit, äh, mit Tommy zusammen, ähm, von daher versuche ich trotzdem jetzt mal, äh, ein bisschen objektiv zu bleiben, aber es fällt mir natürlich schwer, ähm, ich fand den Film insgesamt, obwohl er eher einen relativ dunklen Tenor hatte, ähm, die, das Aufwachsen in Berlin, Neukölln, äh, Gruppesstadt, dies, das, ist halt, ja, mit vielen Problemen geprägt, ähm, und nichtsdestotrotz hat der Film es geschafft, immer wieder aus dieser, aus dieser bedrohlichen Lage, aus diesem, aus der depressiv machenden Lage eigentlich, ähm, einen kurz hinauszuheben und einfach mal, äh, diese Situationscomic trotzdem, äh, feiern zu können und auch ab und zu nochmal wirklich lachen zu können, ähm, und dieses Zusammenspiel zwischen Humor, Dramatik, ähm, Problem, das, das fand ich war, war sehr, äh, sehr gut ausgewogen, sag ich mal, ne, man hat nirgendwo das Gefühl gehabt, dass der Film sich irgendwie lächerlich machen würde, ähm, aber auch nicht das Gefühl, dass dieser Film jetzt, äh, nicht unterhalten wird, also ich fand mich, ich hab mich sehr unterhalten gefühlt, ähm, und muss aber sagen, dass natürlich nach dem Film, das werden viele Leute wahrscheinlich auch nachfühlen können, die den, äh, Film jetzt erst noch gucken, man schon das Gefühl hat, dass, also, der ganze Kinosaal war, war ruhig, es gab nicht eine Person, die dann irgendwie angefangen hat, irgendwie, äh, rumzuschreien, irgendwie, ähm, zu quatschen oder whatever, sondern alle, alle, alle saßen da, haben sich noch den Abspann angeguckt, ähm, haben, und es war eine sehr bedächtige Stimmung, alle haben so ein bisschen da gesessen und nachgedacht, ähm, zwischenzeitlich, im Film haben wir viel gelacht, auch, aber am Ende ist halt dieses, wirklich dieser Moment, wo man wirklich mal, nochmal innehält und nochmal nachdenkt über, über das, was wir jetzt gerade gesehen haben und, ähm, diese ganze Situation, ähm, ja, fand ich, fand ich sehr interessant, also das hab ich bei wenigen Filmen bisher gehabt, dass nach dem Film die Leute immer noch so andächtig da sitzen und, äh, und wirklich erst mal, erst mal den Film auf sich wirken lassen, ähm, und das macht meiner Meinung nach wirklich einen guten Film aus und auch gute Musik aus und generell Kunst, dass du nicht in dem Moment, wo du, ähm, wo du irgendwas gesehen hast, dann sagst, okay, ich mach jetzt ganz normal weiter mit meinem Leben, sondern dass das wirklich auch was mit einem macht, ja, wie Tommy sagen will, äh, das macht was mit einem, ähm, man, man denkt, äh, man denkt nochmal drüber nach, man irgendwie, irgendwas stößt das in einem an und das hatte ich auf jeden Fall, ähm, gefühlt bei diesem Film, muss ich sagen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ähm, wie es, wie euch, wie auf euch der Film gewirkt hat, ob ihr ihn schon geguckt habt, ähm, ich wollte eigentlich direkt zur Premiere mit der dicken Lasershow, äh, hingehen, aber habe ich leider zeitlich nicht geschafft und jetzt war ich halt, äh, ja, heute ist der 6.3., ich werde es wahrscheinlich auch direkt gleich, äh, versuchen hochzuladen noch, ähm, ja, am 6.3. jetzt da, UCI Kino World, äh, in den grobes Passagen, Kino 4, ihr wisst doch, ihr wisst doch, also, Kuss, großes Lob an Felix Lobrecht, lasst mir Feedback da, wir sehen uns, und lasst mich, lasst mich wissen, ob euch so, so, ähm, Film-Reviews oder so Sachen, äh, interessieren, ähm, ich habe überlegt, ob ich in nächster Zeit auch nochmal irgendwie so Reactions mache auf Sachen, die mich eh interessieren, sei das jetzt, äh, NF, äh, sei das, äh, andere Musikvideos, äh, viel, viel Rap, Hip-Hop, ähm, ja, lasst mich mal wissen, ob das, äh, ob das bei euch auf Anklang stößt oder nicht. Kuss, kuss, jetzt haut da wirklich rein, haha, ciao.